In diesem Film geht es um die Suche nach einer Wohnung und worauf man bei der Anmietung achten muss. Um eine neue Wohnung zu finden, muss man zunächst einmal geeignete Wohnungsangebote finden. Dazu bieten sich heute die unterschiedlichsten Möglichkeiten an. Am einfachsten gestaltet sich die Suche in den großen Internetportalen. Diese Webseiten sind kostenlos zu nutzen und jederzeit verfügbar. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.